Um die seitliche Rumpfmuskulatur zu trainieren, den Ellbogen unter die Schulter setzen, den Bauchnabel leicht nach innen ziehen, beide Füße übereinander auf der Blackroll positionieren, einatmen, mit der Ausatmung dein Becken vom Boden heben, die andere Hand darfst du an den Hinterkopf nehmen, entweder nur halten oder dynamisch, bisschen absenken, ausatmen, wieder hoch mit dem Becken.